Wie können Menschen nur so leben? Die leben seit Jahrhunderten so. Sie dürften sich allmählich daran gewöhnt haben. Oh, wie schön die Menschheit ist, so herrliche Geschöpfe, wie schön die Menschheit ist. Oh, schöne neue Welt, die solche Wesen in sich trägt. Zivilisation ist Sterilisation, Zivilisation ist Sterilisanz tun, Sauberkeit und Gleichnechtigkeit. Sauberkeit und Gleichnechtigkeit, Sauberkeit und Gleichnechtigkeit, Sauberkeit und Gleichnechtigkeit. Die Geschichte ist in groben Zügen genannt die Geschichte eines jungen Mannes, der in der äußeren Zone aufwächst, in einer Art Ghetto in dieser schönen neuen Welt. Der wird von einem Besucher, einem Tourist, einem Ghetto-Tourist aus der schönen neuen Welt sozusagen entdeckt, für seine Zwecke missbraucht und dadurch in die schöne neue Welt entführt. Und aus dieser ganzen Coming-of-Age-Geschichte entpuppt sich eigentlich eine große philosophische Debatte über Freiheit. Allen geht es gut. Alle leben in Sicherheit. Wir kennen keine Krankheiten, haben keine Angst vor dem Tod. Und wenn irgendwas aus der Bahn läuft, haben wir so, Mama, dass sie im Namen der Freiheit wegwerfen wollen. Wir versuchen uns der Frage anzunähern, ist der freie Wille das, was uns zum Menschen macht? Oder ist der freie Wille das, was uns zum Monster macht? Und was müssen wir uns für Fragen stellen, wenn wir überleben wollen als Spezies? Ich will Poesie, ich will Leidenschaft, ich will Liebe, ich will Güte, ich will echte Gefahr. Kurzum, Sie fordern das Recht, unglücklich zu sein. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017